Kenntnisse und wie nützlich die sind, weiß jeder Mann. Der eine wusste das ganze lateinische Wörterbuch und nebenbei auch drei Jahrgänge vom Tageblatte des Städtchens auswendig, und zwar so, dass er alles von vorne und hinten je nach Belieben her sagen konnte. Der andere hatte sich in die Innungsgesetze hineingearbeitet und wusste auswendig, was jeder Innungsvorstand wissen muss, weshalb er auch meinte, er könne bei Staatsangelegenheiten mitreden und seinen Senf dazugeben. Ferner verstand er noch eins, er konnte Hosenträger mit Rosen und anderen Blümchen und Schnörkelein besticken, denn er war auch fein und fingerfertig. »Ich bekomme die Königstochter«, riefen sie alle beide, und so schenkte der alte Papa einem jeden von ihnen ein prächtiges Pferd. Derjenige, welcher das Wörterbuch und das Tageblatt auswendig wusste, bekam einen Rappen. Der Innungskluge erhielt ein milchweißes Pferd, und dann schmierten sie sich die Mundwinkel mit Fischstrahl ein, damit sie recht geschmeidig würden. Das ganze Gesinde stand unten im Hofraume und war Zeuge, wie sie die Pferde bestiegen, und wie von ungefähr kam auch der dritte Bruder hinzu, denn der alte Gutsherr hatte drei Söhne, aber niemand zählte diesen dritten mit zu den anderen Brüdern, weiter nicht so gelehrt, wie diese war, und man nannte ihn auch gemeinhin Tölpelhans. »Ei«, sagte Tölpelhans, »Wo wollt ihr hin? Ihr habt euch ja in den Sonntagsstaat geworfen.« »Zum Hofe des Königs, uns die Königstochter zu erschwatzen. Weißt du denn nicht, was dem ganzen Lande bekannt gemacht ist?« Und nun erzählten sie ihm den Zusammenhang. »Ei der Tausend, da bin ich auch dabei«, rief Tölpelhans, und die Brüder lachten ihn aus und ritten davon. »Väterchen«, schrie Tölpelhans, »ich muss auch ein Pferd haben, was ich für eine Lust zum heiraten kriege. Nimmt sie mich, so nimmt sie mich, und nimmt sie mich nicht, so nehm ich sie. Kriegen tu ich sie.« »Lass das Gewäsch«, sagte der Alte. »Dir gebe ich kein Pferd. Du kannst ja nicht reden. Du weißt ja deine Worte nicht zu stellen. Nein, deine Brüder, ah, das sind ganz andere Kerle.«